Oder dass er sich so ein bisschen, also es hätte nur Pisek was gebracht, weil er hätte sich dadurch ein bisschen rehabilitieren können, hinsichtlich dieses Battles jetzt natürlich, wenn er es denn nötig gehabt hätte. Beispiel viel Theater, die ganze Show ist ja so, das ist ja wie ein Theaterstück, so ne, er fällt auch nie eigentlich aus der Rolle, keiner von uns und dadurch habe ich mir natürlich angewöhnt, weil mir auch von mir, ich habe zwar viele Freiheiten, aber so gewisse Richtungen werden mir ja vorgegeben, so von wegen, so guck mal hier, das soll das hier sein, wir haben jetzt hier so, wir haben jetzt hier ein Hotel und du bist der Hotel Page. Na und dann versuche ich mich, in den Rest versuche ich mich reinzudenken. Da hat eh ein Patient, der kam nachts vorbei und hat gesagt, ach ich bin vorbeigefahren, hab hier sehen, das Licht an, hat gedacht, okay, dann geh ich mal rein, hier mit meinem Wehwehchen, was ich jetzt seit paar Wochen habe. Im Nacht, und dann wird ja extra der Notfallorthopäde nachts hier weckt, für Kram, wo du auch zu nimmst, sowas ist halt auch. Aber das, ja, muss man halt sehen, keine Ahnung, wie man das ändert. Ich denke mal, unsere Politiker, die machen das schon. Herzlich willkommen bei einer neuen Folge Top Tier Talkover, heute mit... Hi, Stefan, Battleboy Basti. Ähm, ja, man weiß nie, welchen Namen man von dir benutzen soll. Wikipedia-Eintrag steht immer noch sieben Charaktere. Sieben? Sieben, oder wie viele? Also, ich war mal sechs, glaube ich, sieben. Aber ich glaube, bei Wikipedia steht doch, dass ich 86er Baujahr bin, was auch nicht stimmt, wenn es, außer jemand hat sich erändert, weil ich hab da vor zwölf Jahren das letzte Mal reingeguckt, eigentlich 84er Baujahr. Aber kannst mich Stefan nennen oder Basti oder Battleboy, viele sagen Battleboy auf Tour immer. Battleboy auf Tour. Okay. Okay, also Battleboy auf Tour, herzlich willkommen. Ähm, ja, fangen wir doch direkt mal an. Ähm, auf Tour gehst du immer mit Alligator, das war aber natürlich nicht immer so, so war nicht dein Einstieg in das Musikbusiness. Wie kam der Einstieg ins Musikbusiness, beziehungsweise das Interesse überhaupt an dieser Musik? Äh, das Interesse an der Musik kam, glaube ich, so mit 18 erst. Ähm, ich hab vorher viel Metal gehört, Limbiscuit, Korn, Sepultura, Soulfly, äh, Slipknot. Und irgendwann hat mir die Musikrichtung aber irgendwie nicht mehr, also dann gab es für mich nichts gut Neues. Dann hab ich mich irgendwie mit 18, 19 so umorientiert, so Agro, Oli Banjo, so ne Sachen früher gehört. Auch Bushido von Borschein, Mr. Skyline, so. Irgendwann meine Kumpel Zidfan war damals alle super lustig und cool. Und, ähm, haben dann selber so, ähm, ne, zwei aus meiner, einer aus meiner Klasse, der hat selber gerappt. Und so, so Klamaukram. Und dann hat er mich mal mitgenommen, weil wir uns gut verstanden haben und dann, äh, mir seinen Bruder vorgestellt. Und, ja, das ist jetzt ja Rudi, den kenn ich jetzt immer noch. Äh, mit dem hab ich schon dann ne Menge Uftritte und ne Menge Scheiße durch und viele lustige Sachen. Und das war so meine ersten Berührungen mit Musik überhaupt dann, ne. Dann, Magix Music Maker 2003 damals gekauft und billige Samples aneinander geklatscht. Und erste Kacktexte geschrieben, die ihm nach Müll klangen und auch Müll waren. Und dann einfach immer weitergemacht und in Berlin neue Connections gefunden. Und dann, ne, peu a peu ging das irgendwie immer. Und jetzt sitze ich hier bei Top Tier Takeover. Das ist auf jeden Fall ein krasser Werdegang. Äh, 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 schon. Ähm, naja, aber du hast ja auch angefangen, dann irgendwann im MC-Forum angefangen zu betteln. Waren das so die ersten Texte oder was waren deine ersten Texte? Die waren noch weiter davor, oder? Ja, also wenn, warte mal, 18, 19, also mit 18 habe ich angefangen, mit 17, glaube ich, so, ja. Ähm, da habe ich die ersten Texte geschrieben, wenn man das so sieht, war das also 2002, 2003. Und das mit MC-Forum, das war ja erst so 2008 oder so, 2009 so in dem Dreh. Auch der Moneyboy-Disc, glaube ich, damals war ja so das erste, womit ich mal so ein bisschen, äh, mal Viralität hatte, hinsichtlich mal Traffic auf irgendwelchen Songs von mir, wo man, ne, wo man sich da quasi so ein bisschen hochgezogen hat. Das war ja auch der Sinn der Sache natürlich damals. Ähm, ja, also, nee, damals hatte ich aber dann schon, also wo 2008, 2009 war, da hat man, da habe ich auf jeden Fall schon, sagen wir mal, meine 20 Gigs in irgendwelchen Jugendzentren gehabt, sodass man also schon mal ein paar Mal auf der Bühne stand und auch an ein paar Alben schon mitgearbeitet, wo ich Teil war, wo ich von der Gruppierung immer ein Teil war. Früher halt bei 2E, äh, aus Brandenburg, meine Heimatstadt da, ähm, in Eberswalde und dann später, äh, Motec halt in Berlin, ne? Und später dann die Klickler-Klick. Ähm, damals dann schon als Künstlername Bettel bei Basti unterwegs gewesen. Das war auch so eine Idee im Nachtdienst, habe ich gehört, ne? Ja, genau, genau. Ich habe damals in einem Altenheim gearbeitet, da gingen die Nachtdienste 11 Stunden. Und wir hatten Internet, ähm, und wenn manchmal zwischendurch natürlich so ein, zwei Stunden nicht los war, oder man so ein 15 Minuten mal Pause hatte oder so, nix zu tun hatte nachts, dann habe ich mich da ans Forum geschwungen, habe da irgendwelche, eine Rhyme-Cypher, irgendwelche Texte da geschrieben oder, äh, habe das auch zu Hause teilweise dann gemacht, ja. Und da habe ich mir als Forum-Namen eigentlich Bettel bei Basti, ja, ausgedacht, weil ich den Leuten vorgaukeln wollte, ich wäre ein 13-jähriges Kind. Und dann irgendwann haben die Leute halt mal ein Audio gefordert und dann habe ich halt eins, ich glaube damals das allererste Audio, was das als Bettel bei Basti, was ich aufgenommen habe, da habe ich zwar auch schon so hoch gerappt, aber man hat noch meine Stimme müh nochmal höher gepitcht mit einem Gerät. Das haben wir danach aber nie mehr gemacht dann. Also das war einmal beim ersten Song, damit es eben nicht auffällt, dass ich ein Kind bin, äh, dass ich ein Erwachsener bin. Ja, ist ja dann ganz gut angekommen und dann kam auch bald darauf der Moneyboy-Diss, ne? Wie kamst du darauf Moneyboy zu Disney und was hat sich an ihm gestört? Oder wolltest du einfach die Viralität abgreifen? Ja, natürlich die Viralität. Damals hat man ja, als unser Image in dem Forum, wenn man das so sehen will, unter dieser kleinen Gemeinde war ja so, dass wir halt richtig ekelhaft auf jeden Zug so aufspringen, so total offensichtlich und, äh, der war halt sehr bekannt im Forum. Natürlich auch umstritten damals schon, genau wie heute eigentlich oder wie immer schon. Na, da gab es welche, die fanden halt ultra lustig, was er gemacht hat und andere, die, äh, krasse Hip-Hop-Heads haben, haben ihn richtig erhast für die Scheiße, die er da gemacht hat. Oder wussten nicht so ganz, nehmt weiter nicht ernst, ist das, ist das Gaukelei? Und, äh, ja, weil der Traffic hatte, klar, hab ich den dann einfach relativ schnell gedisst und der hat ja damals sogar innerhalb von zwei Stunden geantwortet, was sehr lustig war. Also das war ja sehr unvorhersehbar, dass er so schnell antwortet hat. Was hatte er geantwortet? Äh, ich kann mich nicht mehr an Einzelheiten erinnern, ich weiß nur, dass, es war eh ein Sechzehner und, ähm, man hat gemerkt, dass es auf jeden Fall schnell ging, also, hat man gehört, äh, war ja auch nie gut abgemischt oder so und, äh, ich weiß bloß, er hat mir in dem Song, glaube ich, ein Feature vorgeschlagen, also in dem, gegen das, in dem Rebottle hat er mir quasi, äh, hat er mir ein, ja, ein Feature vorgeschlagen, glaube ich, daran kann ich mich noch mal erinnern. Ich weiß jetzt nicht mehr genau, wie er das gesagt hat, aber irgend so was war der Sinn. Ähm, und das wolltest du aber nicht? Nö. Nö, hätte ich nicht gewollt. Nö. Das war dir dann die Viralität nicht wert? Nö, Dissen reicht. Einmal einen Battlestrack und dann haben wir, glaube ich, noch einen zweiten gemacht mit der Crew. Ähm, gegen ihn nochmal, darauf hat er natürlich dann nicht mehr reagiert, muss man natürlich auch nicht, da haben wir dann natürlich auch ausgeschlachtet zum Maximum, aber nee, so ein Feature-Eye-Clip, das war auch ein Witz von ihm. Er wäre auf jeden Fall interessant gewesen, ich glaube, so jetzt ist er auch von dieser Hate-Velle weg, diese, also Moneyboy, so, der hatte jetzt am Wochenende auf jeden Fall einen soliden Auftritt auf dem Festival, auf dem ich auch war und kam da eigentlich ganz gut an. Ich glaube, der hat dieses ganz lächerliche Image überwunden. Wird er nicht mehr so oft beschimpft. Früher gab es mal so einen Gig von ihm, genau in dieser Zeit damals, wo er mit Dreh den Swag auf so krass Erfolg hatte, viral, im Internet, und da wurde, irgendwo, gab es so ein Video, da wurde ihm gesagt, der Band Berner auch geklaut wurde, wo er hart ausgeboot wurde von der ganzen Crowd in irgendeinem Club oder so, war da nur für ein Fünf-Minuten-Gig wohl. Das ist schon ziemlich hart gewesen. Aber ja, klar, so schlimm wird es natürlich, also ganz im Gegenteil. Man hat sich auch an ihn gewöhnt in der Szene. Ja, ich glaube, er hat seine Provokation auch ziemlich runtergeschraubt. Er ist ja dann auch auf andere Bühnen mal gegangen, wir an andere Bands Stage-Time hatten und so, das hat er ja alles gelassen. Ja, ja, ich kriege das jetzt nicht so viel mit, ehrlich gesagt, aber ich glaube, wenn da irgendwie so etwas Ähnliches wieder passieren würde, hätte ich es, glaube ich, hätte man es schon an mich herangetragen, ja. Ja, aber dein Werdegang ging ja dann auch weiter, du hast ja dann auch VBT mitgemacht. Wie kamst du da drauf und wie war diese Erfahrung für dich? Da waren ein paar vereinzelte Leute im MC-Forum, genau, nee, ich habe ja damals im MC-Forum dann an einem Audio-Battle-Turnier teilgenommen, wo man quasi davon auch noch ein Video dann auch später noch vom Finale, von beiden Finalrunden sehen konnte, das wir spontan gedreht haben, um es einfach, damit es existiert, nicht in dem Wissen, wie viele Klicks das mal abstauben würde, unfassbar. Und ja, da haben mir Leute halt gesagt, ey, nimm doch mal ein VBT-Teil, so hast du einen Videomann, der Videos drehen kann, mach doch mal. Und dann hatten wir ja auch ihn, kurz vorher kennengelernt, und dann haben wir gedacht, ja, nehmen wir mal teil, nehmen wir mal einfach was ab, mal gucken. Und dann schon gemerkt, okay, ah, schon Quali nimmt schon, die Quali-Runde wird schon gut angenommen von den Leuten, die feiern das. Ein paar Leute haben mir gedacht, ich wäre JAW, wo der gefühlt drei Köpfe größer ist als ich. Gut, siehst du ja im Video nicht, aber fand ich witzig, den Vergleich. Ja, und dann lief das ganz gut dann, ne? Mir war ja auch zu dieser Zeit, wo Video-Battles generell sehr gehypt wurden, oder? Ja, ja, also das war ja schon seit 2007 das Turnier. Ich habe 2011 dann teilgenommen. Und das war dann schon damals, dass du gesehen hast, pro Jahr haben sich schon doppelt so viele, haben teilgenommen überhaupt an diesem Turnier. Und damals, als ich teilgenommen habe, waren tausend Teilnehmer. Und die haben ja alle gebettelt. Da ist ja keiner, wo du gesagt hast, ne, ja, Einsender, stopp. Da hat ja jeder wirklich einen Gegner dann zugeschrieben gekriegt in der ersten Runde, und dann ging es ab halt, ne? Ja, und, äh, was war noch meine Frage? Sorry. Äh, ähm, wie diese Erfahrung für dich war? Also du hast schon geantwortet, wie du da drauf gekommen bist, und dann, wie die Erfahrung war, und, ähm, wie weit du da gekommen bist damals? Damals bin ich Vierter geworden. Weil ich aber auch im Battle um Platz drei natürlich mich selbst disqualifiziert habe, weil ich nicht meinen Gegner gebettelt habe im Battle um Platz drei. Ähm, aber der eigentliche Erfolg war ja so weit zu kommen und, äh, sich so ein bisschen, ne, zu zeigen. Von einer Masse, von einem Publikum zeigen zu können. Das war ja damals die Möglichkeit, die eigentlich sehr gut geklappt hat, ne? Ähm, ja, auf jeden Fall. Da hatten dich dann auch andere Leute auf dem Schirm. Dann hast du ja auch noch auf dem Splash mit Weekend. Äh, da war das im selben Jahr, oder? Das war jetzt ein Jahr später, ne? 2012, wo ihr dann zusammen... Es gab im Jahr später wurde dann, in 2012 wurde erstmalig, wurden zwei VBTs ausgeführt. Eins mit nur 16 Teilnehmern, die halt alle irgendwie ausgewählt waren vorher, und eins dann wieder mit. Und da haben, glaube ich, dann sich 2000 Leute sogar beworben fürs normale Turnier. Wo, glaube ich... Hat er das Fortune gewonnen? Könnte gewesen sein. Ja, Fortune hat das gewonnen, glaube ich. Ey, Mario, sorry, kann sein, dass du das gewonnen hast. Und dadurch hat er doch dann den Splash-Gig bekommen. Nur mal löschen. Nur mal löschen. Mach den niemals, sonst hat er keinen Schlafplatz mehr in Berlin. Ah, okay. Nee, hat er nicht Steezy gewonnen? Oder war das noch ein Jahr später? Ich bin völlig raus. Ich bin bei Video-Battles sowieso nur informiert über die Gäste, die da sind. Ja, auf jeden Fall hat er auf jeden Fall was, aber er hat jetzt gewonnen hat oder nicht, hat auf jeden Fall einen sehr bleibenden Eindruck da in dem Jahr hinterlassen, das weiß ich noch. Und ja, genau. Ich hatte dann Finale von dem anderen VBT Splash Edition, hatte ich dann halt Weekend abbekommen. Und es ging damals auch gut rum. Und ja, wir haben uns schon vorher, vor dem Battle schon abgesprochen, dass wir uns gegenseitig auf die Bühne nehmen, je nachdem, was wir im Song noch zusammen machen. Und dann uns gegenseitig auf die Bühne holen, je nachdem, wer gewinnt. Und für mich war das also so eine ganz chillige Sache. Also ich kam auf die Bühne, musste anderthalb Songs oder bei zwei Songs quasi mitperformen und dann war gut. Das war eigentlich eine schöne Erfahrung. Und dann habt ihr noch das Video gedreht, wo ihr den Splash gedisst habt. Genau. Sehr nice Zeile dort in dem Track ist auf jeden Fall, da gehe ich doch lieber zum Baumblütenfest, weil man uns stattdessen auf die Hauptbühne lässt. Ja, wenn man es kennt natürlich aus Werder, das Baumblütenfest, ich muss aber sagen, ich war nie da, ich kenne es nur vom Namen. Und das ist natürlich ein schönes Wort, wo man schön theoretisch... Der Rhyme ist fett. Ja genau, theoretisch schön Doppelrhyme. Der Rhyme war der Urvater des Gedanken, der Zeilen. Kam da eine Antwort vom Splash und bist du deswegen nie wieder auf dem Splash gewesen oder warst du da nochmal auf dem Splash? Wir waren nochmal auf dem Splash, aber nicht als mich so gebuchte Person, sondern eher im Alligator-Ensemble dann als Backup. Aber ich kann mich nicht erinnern, dass da irgendeine... Die fanden das lustig. Damals haben ja zeitgleich auch die Bestest Ten auch das Splash gebattalt quasi, die ja auch da aufgetreten sind. Und dann auch, die haben dasselbe gemacht, wie wir es waren, aber das wusste man nicht. Ich wusste auch nicht, dass sie so einen Song geplant hatten oder wann der schon draußen war. Also selbe Promo-Aktion quasi von zwei verschiedenen Fraktionen. Und ja, dann VBT und hast du danach nochmal Videobattles gemacht oder nur die einmalige VBT-Teilnahme und dieses Splash-Ding? Eigentlich nur die beiden Jahre teilgenommen. Also einmal in dem Großen, einmal in dem Kleineren, aber mit ausgewählten Leuten Turnier. Und sonst aber, nee, danach dann ein bisschen Live-Battles. Da habe ich mich dann in die Szene reingewagt. Genau, darauf wollte ich jetzt zu sprechen kommen. Hat eine Überleitung. Was, eine Überleitung. Und du hast das BMCL gehabt. Es war das allererste BMCL, das sogar stattgefunden hat. War es das erste? Stimmt, doch, das war das erste. Ja, das war das allererste BMCL. Battle Royale Busty gegen Pisek. Wie kam es dazu und wer hatte dich angefragt und was hast du gedacht, als du angefragt wurdest für die Battle Mania Champions League? Ich hole mir mein Fame. Hol dir dein Fame? Ja, Tierstar und Mike und Johnny haben mich natürlich alle mal unter. Wir waren ja damals schon, hatte ich mal ein Artist-Feature auch, wo es noch im Kalabasch war. Dadurch war der Kontakt eh da. Durch Arzenkalle war da noch der Kontakt, weil ich mich mit dem sehr gut verstanden habe. Ich habe ja Tierstar und da wirst du ja bestimmt nachher noch fragen, Spoiler, Tierstar ja auch kennengelernt erstmalig auf einem Pokerabend beim Chef von Rappers Inn zusammen mit Alligator und seinem Produzenten Mortheim damals. Das weiß ich noch, da habe ich ihn ja das erste Mal gesehen. Und ja, da war ja auch mal in meiner Runde, da hat ja auch mal eine Gasthook geflattert. Und ja, wie man mich genau angefragt hat, kann ich ehrlich gesagt ja nicht mehr sagen. Man hat mir natürlich schon gesagt, wir würden dir gerne Pisek vorsetzen. Und ich fand als Gegner damals als Wahl, kann ich mich noch erinnern, auch durchaus okay, weil der eine Art und Weise des Battles hat, die mir sehr zugutekommt. Der ist nicht so einer, damals zumindest nicht gewesen, der so jetzt 16-zeilige Schemes geschrieben hat und meinen kompletten Memoiren quasi damit wiedergibt und mich dann deswegen fertig macht, sondern eher so diese Zweizeiler wie Vergleichgeschichte, bisschen Freestyle zwischendrin, viel Aggression, was ich jetzt persönlich gerne gebattelt habe, wenn ich es auch im VBT gekriegt habe, als jetzt Leute, die einen auf, na die sagen wir mal noch, vielleicht andere Spektren noch angreifen, über andere Seiten. Und das kam mir schon von vornherein voll entgegen, deswegen halte ich mich sehr konfident gefühlt auch beim Schreiben, möchte ich meinen, und war mir eigentlich auch ziemlich sicher, dass das gut ankommt, wo nur die Frage ist, ob halt das Publikum das dann annimmt, ob man so diesen Funken überhaupt, der überspringen kann, so, was ja dann gut geklappt hat. Sehr gut so, ja. Vielleicht sogar ein bisschen zu gut. Und so gut, gibt es das? Ja, aber dann ist das Battle ja so, alle reden immer davon, dass es so die übelste Zerstörung war, also, ich weiß nicht, wenn man sich zum Beispiel mein Battle-Dien-Gospel anguckt, was ich zwar völlig zu Recht verloren habe, aber da ist es einfach mehr auf Augenhöhe, würde ich sagen, vielleicht für den Zuschauer ein bisschen interessanter, wenn man es eher spannend mag. Wenn man aber natürlich sich Leichenflattern angucken will, oder Schadenfreude gerne empfindet oder so, dann ist man da wahrscheinlich auch, dann fand man das Battle wahrscheinlich auch interessant. Na, ich glaube, viele denken an den legendären Schnitzelwitzel, wenn sie... Ja, aber ich kann mich daran erinnern, dass ich so einen Lachernfall gekriegt, weil mir Cynic war ja, weil irgendwie Cynic hat mich ja eingeladen, dass wir das mal re-watchen, dieses Battle zusammen auf Twitch. Und an dieser Stelle hat er halt mehrfach irgendwie zurückgedrückt, dass du immer, Schnitzelwitzel, Schnitzel, dass es mehrfach kam. Und boah, ich kann nachempfinden, wie man sich fühlt, glaube ich, wenn man da so einen Slip-Up hat, so einen krassen Versprecher. Ich hatte ja selber manchmal welche, vielleicht nicht so ikonische, aber es ist kein schönes Gefühl auf jeden Fall. Aber trotzdem, mein Gott, zehn Jahre später, ich denke mal, er kann darüber auch... Also Pisek kann darüber auch lachen jetzt. Und ja, ihr hört doch mit dazu zum Battle. Schnitzelwitzel. Ja, ist auf jeden Fall sehr nice. Ich weiß noch, dass es irgendwann mal im Gespräch war, so intern bei uns im Team, als da ihr das erste BMCLer hattet, dass es irgendwann mal ein Rematch geben sollte und es eigentlich geplant war, das allerletzte BMCL noch mal Pisek gegen Battle by Bastille. Kam diese Anfrage überhaupt bei dir an? Pisek direkt, ja, hat mich angefragt. Aber ich habe auch gesagt, sorry, das bringt mir gar nichts. Ich kann ja nichts besser machen als beim letzten Mal. Also ist wahrscheinlich alles, was ich mache, werden die Leute auf jeden Fall sagen, naja, maximal, also für mich so, wenn maximal, denke ich mir, dass rausgekommen wäre, ja, war nicht schlecht so, war gut, aber nicht so krass wie letztes Mal. Oder dass er sich so ein bisschen, also es hätte nur Pisek was gebracht, weil er hätte sich dadurch ein bisschen rehabilitieren können hinsichtlich dieses Battles jetzt. Natürlich, wenn er es denn nötig gehabt hätte. Aber so, oh Mann, aber, also ich weiß nicht, es hätte mir echt wenig gebracht. Ich bin doch jetzt der Meinung, dass wenn ich mich jetzt da wieder hinstellen würde nach den Jahren und was machen würde, falls die Frage kommen sollte, da würde ich auch, ich würde nichts besser machen können. Die Leute würden am Ende nur enttäuscht sein. Bin ich mir ziemlich sicher. Bin ich mir nicht sicher. Du wirst ja nie, weil ich schreibe. Du konntest es nicht besser machen, aber du hast ja dann ein True & True mit besser gemacht. Ja. Wie kam es dazu? Ne, das war aber nicht dein erstes Match bei Dilti. Du hattest davor auch noch einen One-on-One gegen Dave, Dr. Dave, oder? Hatte ich das davor? Ich glaube schon. Ja, ich bin mir gerade nicht mehr sicher, ob ich das einzeln davor gemacht habe. Ich weiß es wirklich nicht mehr. Kann aber sein, dass es im selben Sommer so ja war. Ja doch, dass ich glaube ich wegen Album-Promo damals ein Einzel-Match gemacht habe. Und ich glaube bei, dann hatte ich noch, glaube ich, in Gospel ja auch eins. Und dann hatte ich noch das mit Besser, genau. Ja, kann sein. Gott hat da viel gemacht. Und du hast es noch ein anderes True & True gehabt gegen Okto und die Swetschke. Das war ein bisschen später, glaube ich, oder? Das war ein bisschen später, glaube ich. Das war ein Minimum ein Jahr später. Auf jeden Fall. Wenn nicht sogar noch später. Wie kam die Anfrage von Dilti an, auch direkt nach dem BMZ? Das weiß ich gar nicht mehr. Ehrlich gesagt, kann ich mich nicht mehr daran erinnern. Mit wem? Mit Chian auf jeden Fall damals ja schon, glaube ich, dann Kontakt. Der war ja dann schon mit drin. Und besser kannte ich auch selber zumindest vom Namen aus dem RBA. Aus der RBA. Sehr feiert da. Und dann bei Rap am Mittwoch damals auch in der Crowd, glaube ich, irgendwie kennengelernt. Oder irgendwie vorher. Ich weiß gar nicht mehr genau, wie das war. Und dann habe ich ihm auch gesagt, der soll ja mal auf die Bühne gehen. Wenn er das halbwegs sieht, was er in den Textformel hinkriegt, als Freestyle. Und dann noch irgendwo ein 16er brettert. Junge, ey. Und die Klub, er kam auch gleich im ersten Mal, wo er teilgenommen hat, kam auch gleich recht weit. Er hat nicht gewonnen, die Battlemania, aber er kam recht weit. Und hat sich einen kleinen Namen da schon gemacht. Und dann war er so auf der Bildfläche. Und weil ich ihn immer schon technisch extrem gefeiert habe, wollte ich mit dem das gerne machen. Und ich weiß nur, man hat uns diese Gegner dann vorgeschlagen, Greg Pipe und Basic. Also, ich weiß nicht, ich fand es damals krass. Ja, weil natürlich vom Namen her sehr große Leute. Im Gegensatz zu mir als relativer Newcomer. Und dann jemanden besser, der komplett quasi Newcomer oder so sehr Untergrund. Also, aber ja, genau wie das ablief mit der Anfrage, kann ich mich nicht mehr erinnern. Muss ich ehrlich sagen. Ist auf jeden Fall ein sehr legendäres To-and-To von beiden Seiten, finde ich. So gab ja dann auch auf dem Dilted-Kanal ein Rewatching-Klassik da mit. Und da sagst du ja auch, dass du besser sehr feierst für seine Technik, weil er irgendwie ein Triple-Time rappen kann. Ich weiß ja nicht genau, was, glaube ich, Triple-Time ist. Ich glaube, das ist im Prinzip nur, wenn du ein bisschen mehr, also es gibt ja Full-Time, Double-Time und so ein bisschen, so nennt man, glaube ich, auch so Silben-Triolen-Double-Time. Der hört sich ein bisschen unterschiedlich schneller an. Aber Besser kann schon sehr schnell quatschen und der ist halt da absolut im Takt sitzend halt. Das spürst du halt richtig, wie der da drin sitzt, wie der das perfektioniert hat. Und das klingt einfach schön. Das ist einfach rhythmisch schön zu hören. Und deswegen feiere ich sowas. Ich finde, er hat auch eine nice Stimme genau dafür halt. Ja, genau. Verstehst du ihn sehr gut. Seine Wortwitze sind super. Wie war die Vorbereitung in einem Two-and-Two mit Besser oder was waren die Unterschiede mit D.H.O.? Hattest du das an der Runde? Mit D.H.O. war auch schwer, weil wir sehr weit auseinandergewohnt haben und dadurch viel über Internet gehen musste. Oder über irgendwie dann, ich weiß gar nicht, wie wir telefonieren, damals haben wir das gemacht. Discord war da noch kein Thema, glaube ich. Und mit Besser habe ich mich teilweise, haben wir einzeln geschrieben. Und wir haben uns viel hin und her geschrieben, wie was dann staffeln. Wir haben halt irgendwie einzeln, genauso wie das Motto war das auch so, also mit D.H.O. Einzelne Punchlines aufgeschrieben, aussortiert, gemeinsam so, was gefällt, was nicht. Und dann strukturieren eben und dann zusammen eben so wie gegenüben. Mit Besser hatte ich auch gar nicht so viel Zeit. Dafür hat es aber sehr gut geklappt, muss ich sagen. Also wir haben das ja sehr gut runtergerissen. Ja, auf jeden Fall mit Besser hattet ihr auch sehr viel harmonische Sachen dabei noch, wo ihr euch gegenseitig gebackt habt. Weißt du noch, wie lange ihr dafür gebraucht habt, das zu üben, bis das gesessen hat? Ich glaube, das haben wir gar nicht lange geübt. Ich glaube, wir haben das auch aufgenommen. Und dann haben, also ich habe mir seins aufnehmen lassen von ihm natürlich als Sprachnachrichten. Und dann so wie er es rappt und dann habe ich es mir halt selber, so wie man halt Texte auch übt selber von anderen. Oder wie man das eben macht und wie ich auch bei Alligator übe, wenn ich den backupe, dann lasse ich seine Songs laufen und backupe drüber. Und merke, ich höre ja, ob ich sitze oder nicht und was er da macht. Und so habe ich das bei Besser auch gemacht. So, ich denke mal, wir haben da das selbe bildliche Verständnis von einer Zeile, wenn wir sie vor unserem geistigen Auge sehen. Denke ich mal, da sind wir auf einer Wellenlänge. Deswegen hat das auch, das ging irgendwie auch sehr schnell, muss man sagen. Ich kann mich erinnern, dass wir da gar nicht so lange für geprobt haben. Gemeinsam haben wir selber uns zusammengestanden. Ich glaube sowieso vielleicht ein paar Tage vorher das zusammen das erste Mal richtig geübt. Also dafür hat es sehr gut geklappt. Ja, auf jeden Fall war es sehr schön anzusehen. Sonst gäbe es ja auch keinen Rewatching-Klassik davon. Aber dann war es das auch nach so einer kurzen Phase, wo du so viele Battles gemacht hast, hast du dich komplett aus dem Battle-Rap-Dunst verzogen. Warum? Schwierige Frage. Nein. Ja, es war einfach zu viel. Es ist halt ein bisschen viel geworden. Ich habe ja damals, ich habe das ja auch alle teilweise gemacht, natürlich auch, weil es Spaß gemacht hat, aber auch, weil es gewusst hat, das bringt alle Promo und Traffic. Das ist alles wichtig für ein Album. Und man hat ja dafür gearbeitet und dafür auch Geld ausgegeben für die ganze Produktion und will ja, dass das auch sich ein bisschen an, man will ja auch, dass es an einen Mann kommt. Man will ja, man macht das ja nicht, damit es keiner hört, wenn man schon dann viel Promo macht. Das war auch okay. Aber es ist jetzt nicht so, dass ich natürlich durch die Mucke jetzt, nur durch die Alben und durch die anderen Sachen sowieso nicht, Live-Uftritte hatte ich nicht großartig selber, dass ich dadurch viel Geld gemacht hätte, dass ich davon leben könnte. Also musste ich nebenbei die ganze Zeit arbeiten gehen oder was ich ja eh immer mache. Und irgendwann, ich habe halt, dann hatte ich halt die Alligator-Tour und das war jetzt die letzten Jahre ohne eigene Musik zu Sachen viel softer sozusagen. Ich mache ja quasi seit Jahren keinen richtigen Urlaub, sondern nutze meine Urlaubstage eigentlich immer, um für Alligator irgendwie dann erst am Anfang des Jahres, dann irgendwie meist diese Tourzeit Februar, März, müsste ich mir einen kompletten, halt mir jetzt wieder dieses Jahr auch einen kompletten Monat freinommen, weil er Tour hatte. Und Ende des Jahres ist auch November, da muss ich mir auch, da sind auch wieder, keine Ahnung, acht Gigs oder so. Und ich habe keine Urlaubstage mehr frei, da muss ich mir dann den Monat unbezahlt freigeben lassen. Das geht zum Glück mit meinem Arbeitgeber. Und dadurch, dass ich halt durch Musik da natürlich ein bisschen Geld wieder rein, dann gleicht sich das ja wieder aus. Dann kriegt man kein Geld durch den Job, aber du kriegst ja Geld durch die Uftritte. Jetzt sind auch noch ein paar Festivals im Sommer. Das läuft dann so ab, dass ich arbeiten gehe und dann drei Tage frei mir geben lasse und an diesen drei Tagen dann auch nicht da bin, sondern komplett auf den Festivals bin, wieder komme und sofort wieder zur Arbeit gehe. Und das ist eigentlich seit Jahren so. Das mache ich eigentlich, ja. Und deswegen, und irgendwann bist du da fertig. Also irgendwann merkst du, du lebst halt für nichts anderes mehr. Ich kann mich noch erinnern, das Schlimmste war damals die Promophase. Die Albumwoche, die Woche kurz bevor mein Album kam, mein zweetet. Da habe ich super viele kleine Promo-Videos gedreht, um irgendwas halt zu haben, was man immer mal ballern kann. Dann habe ich die ganze Zeit frühdienstig. Ich glaube dann hier in Frohnau hier in Berlin gemacht damals, im Dominikus. Und ich bin schon immer übelst oft, weil habe ich verpennt, musste mit einem Taxi zur Arbeit fahren, teilweise. Das kennst du, ne? Und bin teilweise in einer Visite an der Wand eingepennt, dass man mich schon, ey Stefan, wisst du so. Also ich war schon arschmüde, ne? Natürlich, meistens bewegt man sich ja, du kennst es ja da auf Arbeit, da wirst du nicht müde. Da kommst du erst, wenn du nach Hause kommst oder an der Bahn sitzt, auf dem Weg nach Hause an deinem so, dann nickst du so weg, ne? Aber das war einfach irgendwann zu anstrengend. Und ich dachte mir, ey, es ist ja schön, Musik zu machen und semiprofessionell. Aber ich mache durch Streaming jetzt nicht so viel Geld. Ich mache durch Streaming von den Songs. Ich mache durch die Albenverkäufe nicht so viel Geld, dass ich davon leben kann. Das habe ich auch nicht erwartet. Aber es ist ja so, man schafft nicht. Es ist wie zwei Jobs zu haben. Und ich bin aber eher jemand, ich glaube, ich bruche einfach meine Zeit zum Chillen. Ich bin gerne auch ein Faulenzer und Faulenzer mal rum. Und wenn ich das ja nicht machen kann, wird halt ein paar Jahre halt viel zu wenig gemacht. Und jetzt bin ich halt super faul geworden. Also die ganzen Energiereserven, die du wahrscheinlich in diesen Jahren verbraucht hast, versuchst du jetzt wieder aufzuladen? Die sind wahrscheinlich eher komplett verbraucht. Und den Fitzel, den ich noch habe, der wird zum Chillen benutzt. Eher so, also, weiß ich nicht. Ja, so fühlt es sich eigentlich an. Was heißt versuchen, wieder aufzuladen? Kann man das wieder aufladen? Keine Ahnung. Ich bin zufrieden. Und ich bin zufrieden vor allem mit der musikalischen Stellung, die ich in der Szene habe. Also ein Backup bei Alligator sein und sonst aber gar nicht stattfinden, finde ich eigentlich total okay. Weil das Live macht echt in diesem Verbund, macht eine Menge Spaß. Es ist ein tolles Ensemble. Es ist toll, da zu arbeiten. Und ich bruche ja nie mehr. Ich will ja nie selber im Fokus stehen. Sonst würdet ihr von mir ja auch irgendwas auf Social Media lesen. Aber ich habe ja, ich glaube, ich habe ein paar Accounts, aber ich nutze die ja nie. Ich mache ja da nichts. Ich poste ja auch nichts mehr. Ich habe noch nie groß viel gepostet. Außer bei Unifans. Vielleicht. Aber warum gehst du dann noch arbeiten? Ja, keine Ahnung. Das ist wohl nicht so erfolgreich im Moment, Unifans, für mich. Woran es liegt, kann ich euch nicht sagen. Erster Link in der Infobox, Unifans. Ja, also wir haben jetzt schon öfters Alligator angesprochen. Wie kam damals dieser Kontakt zustande? Und wie hast du dich damals gefühlt, wenn man angefragt wird, ob man von Alligator der Backup werden will? War das direkt so? Damals war er noch nicht Alligator, sondern damals war Alligator. Warum schreibt er seinen Namen so komisch und falsch und warum nennt er sich überhaupt so? Warum sind seine Texte so gut und sein Name so kacke? Aber gut, andere Geschichte. Damals war es ja so, ich habe den kennengelernt, wie ich ja vorhin schon gesagt habe, auf dem Pokerabend von dem Chef, der damals das VBT gemacht hat. Das war echt cool, das war ein schöner Abend. Da muss ich so ja sagen, kann ich mich erinnern, dass er sogar so ein bisschen knixend, ohne jetzt über zu übertreiben, der kam wirklich, der ist ja ein sehr netter Typ, und der kam halt sehr so ein bisschen knixend zu mir an, so als wir uns Tachi gesagt haben, weil er kannte ja meine Runden aus dem VBT und er war damals bei Rappers Inn, die dieses Forum veranstaltet haben, dieses Turnier, war der halt, sag ich mal, der begehrteste Künstler. Der hat einfach, war immer schon als Freigeister bekannt und hat da seine eigenen Songs hochgeladen. Und der kam so ein bisschen so, hey, hier, mach sehr gute Musik, irgendwie so, irgendetwas hat er zu mir gesagt, so ein bisschen so, wo ich dachte, hey, danke, ja, schön. Ich kannte von ihm nur zwei Songs und sein Name war mir immer schon mal irgendwie so im Hinterkopf, vielläufig, Forum, irgendwas, Rapper, ja, aber, ich glaube, Willst Du war damals noch nie draußen, wo ich den kennengelernt habe, auch nicht, wo ich ihn das erste Mal gebackt habe, glaube ich, oder die ersten paar Male, da war, oh, da haben wir eher andere Sachen gespielt. Da hat er eher noch ältere Sachen gespielt und wir haben dieses Lied am Apparat gespielt, was ja noch vor, willst du rauskam, auf einem Album von ihm, glaube ich, oder auf einem Mixtape. Ja, und, aber, ich weiß auch nicht, ich habe mich natürlich, ich fand ihn immer schon sehr interessant und sehr, na, wie sagt man, jetzt fehlt mit Wort, talentiert natürlich, mega talentiert sogar, vor allem vom Textlichen her, von den Ideen, wie der Songs auf ihr gemacht hat, dann zu wissen, okay, krass, der macht doch seine Videoregie selber und alles, da ist ja Vollgeld, der hat da quasi kaum Kumpels, die da kreativ helfen und fand das dann natürlich super interessant mit dem Backuping und Backuping hat mir auch Spaß gemacht, musste ich mich selber nicht so krass, weißt du, sonst habe ich zwei Stunden Auftritt gemacht oder anderthalb auf meiner Solotour und war komplett im Eimer danach, ja, bei den ganzen Texten, die VBT-Runden teilweise, die ich da runter brettern musste und bei ihm halt so ein bisschen Backupen und nebenbei Romhüpfen animieren, halt irgendwie, fand ich schon geil, hat schon Spaß gemacht, so damals Double A Festival in Aalen, das A mit Doppel A, Aalen mit Doppel A, da war, glaube ich, das war das zweite Mal, dass ich ihn gebackt habe und das erste Mal war bei der VBT-Jam, das war auch damals, ich hoffe, er hat immer noch den Flyer, den hat er bestimmt immer noch aufgehoben, weil es war sein erster Headliner-Gig. Das war dann schon bei, nachdem er Willst du rausgebracht hat, wahrscheinlich, oder? Nee, da gab es Willst du noch nicht. Ich glaube, das war der Winter, bevor Willst du kam, müsste es gewesen sein. Die VBT-Jam war ja quasi Ende 2012, weil die war vom Splash-VBT irgendwie, oder, ich weiß es ehrlich gesagt, die bringen manchmal, die Turniere gingen manchmal so lange, dass ich nicht mehr weiß, wann die angefangen und aufgehört haben. Ich kann mich zum Beispiel erinnern, das 2011-Turnier, das wir die Quali im Sommer gedreht haben, oder zumindest, wo es warm war. Das sieht man ja auch im Video. Aber ich kann dir nicht mehr sagen, wie lange das Turnier ging, welchen Monat das vorbei war. Auf jeden Fall kam ja dann mit Willst du der virale Durchbruch, auf jeden Fall. Kannst du dich daran noch erinnern, wie das von eurem Team da aufgenommen worden ist, oder beziehungsweise habt ihr damit gerechnet, dass Willst du so durch die Decke geht? Also irgendwie, der hatte schon eine Pre-Listening-Tour gemacht zu seinem Album. Da war Willst du noch nicht als Single draußen. Und da haben wir in relativ kleinen Clubs, also er, das war seine erste Solo-Tour über sieben Städte. Das Größte war damals in Nürnberg der Hirsch mit 700 Leuten. Er hat auch alle die Läden, wo wir waren, ausverkauft. Damals schon. Als eigentlich sehr underrated, also als sehr unbekannter Künstler noch. Also es gab genug Internet-Nerds und Leute, die ihn auch durch Trailerpark kannten, dass die auf seine Show gekommen sind. Und Willst du kam schon damals am krassesten an von den Live-Sachen, die wir gespielt haben. Damals hat er auch sehr lustig, hat er immer noch eine Frau auf die Bühne geholt, hat die auf den Barhocker gesetzt, hat dieses Lied gesungen und hat dann Willst du hier und dann denken die Frauen, jetzt kommt heiraten und dann kommt Drogen nehmen. Das war sehr witzig damals. Die haben sich alle totgelacht, die Mädels auf der Bühne, die da saßen. Ja und also das ging dann sehr krass schnell. Ich muss ehrlich sagen, ich habe mich dafür gefreut, für ihn mega. Aber eigentlich habe ich mir schon gedacht, ja doch, der ist krass. Das hat mich nicht verwundert, dass es so durch die Decke ging. Muss ich ehrlich sagen, weil ich dachte mir, ja, das kommt schon hin. Und vor allem hast du gemerkt, glaube ich, dann irgendwie die nächste Tour, die er gespielt hat, hat er schon ein bisschen größere Läden gespielt. Und wir hatten dann einen Gig, der war vor 5000 Leuten in Koblenz. Das war total krass. Das ist wahrscheinlich auch aus dem Saarland dann alle gekommen, wisst du. Die Ecke hat sich alles gesammelt, weil der wurde zweimal hochverlegt, der Gig, bis wir in einer Halle waren, die eigentlich für unsere Bühne, da sahen wir so verloren aus. Und der Sound war auch so scheiße, das war also irgendeine Handballhalle, aber waren halt 5000 Leute knapp da. Und da hast du schon gemerkt, krass, der zieht 5000 Leute. Damals haben wir gedacht, ey, ich überlege mal, wir stehen hier alleine vor 5000 Leuten. Das ist nur deine Tour. Das ist hier kein Festival oder irgendwas. Das war schon. Und da haben wir schon gedacht, oh krass, wo kann das noch hingehen? Und dann hat er immer angefangen, die an den Hauptshows natürlich so krass zu arbeiten, dass die auch ein ordentliches, richtig krasse Bühnenbild immer haben und eine durchgängige, gute Show. Und seitdem, du merkst es heute, die Leute kommen seit Jahren zu seinen Shows. Sind halt auch krass gute Shows. Ich habe in meinem Interview mit Tierstor auf jeden Fall erzählt, dass auch Alligator das allererste Konzert war, auf dem ich in meinem Leben war. Damals in Saarbrücken im E-Werk. Und da warst du ja halt auch als Backup natürlich dabei. Und du wirst als Backup dort auch sehr gut inszeniert. Du bist jetzt nicht so dieser typische Backup, den man so von Hip-Hop-Shows kennt, der da im Hintergrund so die letzten paar Zeilen mitspricht, sondern du hast da halt auch schon deinen krassen Stellenwert. War das schon immer so? Und ist das dir selbst wichtig? Oder wie läuft das in der Übungsphase vor Natur ab? Also ich weiß, dass es einen Musiker gibt, der mich mit Alligator auf irgendeinem Festival mal gesehen hat. Damals hatte ich noch diese Waldo-Verkleidung, dieses streifte Hemd oder so. Irgendwie sah so ein bisschen aus, wie wo ist Waldo auf jeden Fall, nur mit meiner Basti-Brille. Und hab da schon animiert und gebackupt. Und da hat irgendjemand mal gemeint, aus der Musikerszene, wie zu mir getragen wurde, der Battleboy, der muss da weg. Das passt nicht. Und irgendjemand hat dann aber gemeint, nee, der bleibt da. Und jetzt ist das wohl irgendwie so ein Ding, das gut funktioniert. Das ist natürlich auch, Alligator ist halt so, das ist halt viel Schauspiel, viel Theater. Die ganze Show ist ja so, das ist ja wie ein Theaterstück. Er fällt auch nie eigentlich aus der Rolle, keiner von uns. Und dadurch hab ich mir natürlich angewöhnt, weil mir auch von mir, ich hab zwar viele Freiheiten, aber so gewisse Richtungen werden mir ja vorgegeben, so von wegen, so guck mal hier, das soll das hier sein, wir haben jetzt hier so, wir haben jetzt hier ein Hotel und du bist der Hotel Page. Und dann versuch ich mich, in den Rest versuch ich mich reinzudenken. Halt immer natürlich mit Anspruch, klar maukig, bisschen, ja halt komisch rumtanzen und halt irgendwie natürlich animieren. Manchmal hab ich anfangs so ein bisschen immer Bedenken gehabt, dass ich vielleicht, vielleicht gestikularisch oder so irgendwie von der Präsenz her vielleicht zu viel mache und deswegen könnte man das Gefühl haben, als Zuschauer, öh, will der den die Schuhe stehlen? Weil das Gefühl will ich ja nicht erwecken. Aber ich glaube, der Vorteil ist, dass Alligator mit Stimme und mit seiner Art und Weise, wie er spricht und wie er sich ausdrückt auf der Bühne, einfach eine so krasse Präsenz hat, dass es da sehr schwer ist, für jemand anders dem das zu entreißen. Und dadurch hab ich mich immer, und ich hab auch immer das Feedback bekommen, ey, das machst du super. Ich bin auch, ich krieg teilweise so viel Feedback von Tourleuten auf Tour, dass ich das eigentlich, manchmal, dass ich schon denke, die sind doch bloß, die wollen doch bloß nett zu mir sein. So, das ist so, die wollen doch bloß nett sein. So, übertreib doch mal. Ja, da hab ich mit dem Arsch gewackelt. Das war jetzt nicht schwer. So, ich mach ja den ganzen Tag auf Tour auch nichts anderes. Ich stehe da zwischendurch auf der Bühne, der Soundcheck, da muss ich meist, ob ich mitmache oder nicht, wenn wir schon mal eh nie gemacht haben auf Tour, ist es meistens, weil es speichert sich ja die Einstellung, macht ja keinen großen Unterschied. Ich hab ein paar Sachen auf der Bühne, da muss ich da und da an der Stelle sein, den Rest hab ich freie Hand und versuche mich anzupassen an das, so wie er es macht. Manchmal funktioniert's besser, manchmal schlechter, aber ich glaub, es ist immer so, dass die Leute eigentlich merken, es ist eine gute Show. Das ist auf jeden Fall, wie lange braucht ihr, um eine Tour vorzubereiten und wessen Ideen fließen damit ein? Hast du da Mitspracherecht, was du auf der Bühne machen darfst und was du machen willst? Na, meistens ist immer so, man sagt mir halt so, was man von mir erwartet und wenn ich irgendwas anrege, meistens so, ja, 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 oder dann wird schon gesagt, okay, oder manchmal dann auch nicht, aber es sind dann eher so Kleinigkeiten, weil die sich dann um meine Rolle drehen, also ich bin jetzt ja keiner, der dann sagt, äh, können wir nicht hier das Bühnenbild erst dann benutzen und so, weil das macht alles Alligator und seine Leute und die, ich sag mal, Alligator und die Band da, die er hat, die proben ja untereinander die Songs viel öfter mit so untereinander als mit mir. Ich höre mir die Songs an, kommen bei den Proben dann direkt vor Natur vorbei, da wird dann quasi der Aufbau und alles geprobt, ne, das alles funktioniert und dann macht man zwei, drei Durchgänge und dann auf der Bühne Generalprobe muss dann hinhauen, ne. Also, aber so gesehen, ich mache nicht viel, auch kreativ gesehen, was meine eigene Rolle betrifft natürlich, aber sonst wird sich, wird mir viel auch zugeschrieben, ich komme nicht auf die Idee, ey, willst du nicht mal ein Hotel als Bühnenbild haben und ich bin der Page, auf so eine Idee kommt nur er beziehungsweise irgendwelche anderen Leute und da bin ich auch nicht bei, wenn man darüber redet oder so, muss ich aber auch nicht. Also, ziehst du dich da eher zurück und machst das, was die dir sorgen sozusagen? Jo, ich habe da einen Job mit einer Beschreibung und den fülle ich so gut aus, wie ich kann und die sind ja sehr zufrieden, deswegen bin ich, denke ich mal, halt weiter ein Engagement, würde ich sagen. Würdest du sagen, eure Beziehung ist dann eher auf geschäftlicher Ebene oder ihr seid ja auch Freunde? Nein, wir sind super krasse Freunde, Alligators, einer der nettesten Menschen, das sagen alle, der ist total toll. Ist er hier heute? Ne, ne? Ich weiß es nicht, ich kenne ihn nicht. Der ist super, der ist der Beste. Nein, natürlich haben wir einen Freund, durch diese langen Jahre haben wir natürlich eine freundschaftliche Beziehung, Es ist aber nicht so, dass man, also ich würde es jetzt nicht vergleichen mit Leuten, die ich aus meiner Kindheit oder aus meinem Jugendalter, aus meiner Heimatstadt kenne, mit denen ich auch nicht monatlich oder halbjährlich immer Kontakt habe, aber es ist so, man kennt sich schon seit Jahren, dann trifft man sich und dann weiß man sofort, ah okay, recht nonverbal und wenn wir mal quatschen, ja, also, aber klar, wir sind Freunde auf jeden Fall, also ich schätze ihn absolut und ich denke er mich auch und ich mache da, ich habe da sehr viel Spaß dran und ich hoffe, dass ich das noch ein paar Jahre durchziehen kann, solange, weil der wird bestimmt noch weiche Musik machen, denke ich, der hat Bock. Du meintest auch, du bist mit deiner Rolle momentan zufrieden, wie es dir in der Musikszene geht, selbst eigene Musik machen und so, das ist gar nicht mehr dein Interesse oder woran liegt das? Ach doch schon, macht Spaß, man muss dazu sagen, Eigenwerbung, ich habe mit D-Ho, also mit hier von Motte, Motec damals hier, also D-Ho, früher aus meiner Klick-Klack-Klick, mit dem habe ich jetzt seit Jahren schon immer mal wieder an einem Album zusammengearbeitet, also an einem Kollabo-Album von uns beiden, erst sollte man ein EP werden, aber Motte ist so einer, der sagt dann immer, ja komm, wir brauchen noch da einen Song, dann machen wir da noch einen Song, auch noch einen Solo-Song machen wir auch noch hier und dann müssen wir über das Thema müssen wir auch noch einen Song machen und dann am Ende hast du 18 Songs und dann werden erstmal alle Beats nochmal neu gemacht, dann bin ich der, der angepisst ist, weil ich mir denke, Mann, ich habe auf den Beat meinen Flow geschrieben, Grund, ja, mal kurz hier nochmal, aber auf jeden Fall, da wird was kommen, wir haben auch schon ein paar Videos vorgedreht, das ist nicht so, dass ich gar nichts mehr mache, so Leute wie D-Ho animieren mich, obwohl sie selber genug zu tun haben in ihrem Leben, animieren sie mich immer noch sehr, was zu tun und treten mir so in den Arsch, aber selber habe ich nicht mehr so wirklich, also das bei Alligator, da fühlt mich schon ziemlich, ziemlich stark, dass alles, in der Gewissheit, wenn ich nochmal jetzt ein beägenet Album, dann weiß ich automatisch, das wird sehr viel Arbeit, außer es wird halt so, ja, ich mache das so ganz ruhig und dann haue ich es irgendwann mal raus und ich müsste halt auch Social Media und das halt machen und ich habe keinen Bock, irgendwie immer irgendwas gezwungenermaßen zu posten aus meinem Leben, um dann Leute bei der Stange zu halten, am liebsten würde ich einmal posten, Leute, hier, kriegt ein neues Album und wenn es dann die Leute hören und viele hören, dann wäre es schön und wenn nicht, ist es halt auch so, aber in der heutigen Zeit kriegen ja die Leute durch einen Post, also meine Fans, wenn ich da noch welche habe, dann kriegen das ja nicht alle mit, man muss ja sowas öfter machen und öfter, damit man, Algorithmus und da habe ich keinen Bock drauf, weil dann, deswegen funktionieren ja andere Künstler so gut, glaube ich, auch nicht nur, weil sie gute Musik machen, sondern auch, weil sie Social Media einfach sehr erfolgreich sind, auch weil sie vielleicht da ein Team haben, was denen hilft, aber ich habe gar keinen Bock, viel über mein Privatleben oder was am Tag so passiert oder irgendwelche Sprüche zu posten, ich habe da kein Mitteilungsbedürfnis, tut mir leid, ich habe vielleicht in Songs ein Mitteilungsbedürfnis, aber nicht so mit diesem, wenn es darum geht, irgendwas in die Welt raus zu posauen, ein bisschen Werbung ist ja okay, aber man müsste ja halt dauerhaft was machen, oder? Ja, schon, man muss halt immer irgendwie im Gespräch bleiben, weil die Zeit ist mittlerweile so schnelllebig, dass man da schnell wieder vergessen wird, ich verstehe das auf jeden Fall, dass man da nicht immer Bock hat, irgendwie mitzureißen und seinen Arsch zu verkaufen für den Fame. Außer bei OnlyFans, da macht Sinn. Genau, deswegen nochmal erster Link in der Infobox, OnlyFans. Hast du? Hast du auch? Nein, nein. Ich, weil... wir sind ja nicht ein Doppel, weil wir aber nicht... Genau. Aber wir haben ja noch neben dem Rap, dieser Rap-Leidenschaft, die wir teilen, haben wir ja noch eine andere Gemeinsamkeit, wir sind ja beide in der Krankenpflege. Wollte gerade sagen, dass du Leidenschaft nimmst, die gleiche gemeinsame Leidenschaft. Yay, Flüger! Ja, genau, ja. Und da hast du nicht das Ziel, irgendwie rauszukommen oder erfüllt dich der Job noch? Ach, das ist eine schwierige Diskussion. Also der Job ist eigentlich super geil, wie es ja selber. Keinen Tag ist wie der andere, es macht super Spaß. Ich merke auch ganz oft, dass ich habe ganz oft gute Laune, obwohl es geht, also ganz oft gute Laune, aber ich überspiele manchmal meine schlechte Laune oder meinen Stress mit Zynismus und Satire, ja, also indem ich krasse, böse Witze mache. Natürlich gucke ich, mit wem ich die machen kann, aber meistens kommen die gut. und die Leute lachen auch mit mir, auch die Patienten. Ach, ja, aber eigentlich würde ich, eigentlich weiß ich, ich kann, ich habe schon ein bisschen Bandscheibenvorfall, hatte ich schon in der Halswirbelsäule, so einen kleinen, das schon eine Fingertaube waren, so recht so, dass ich schon dachte, oh, MRT gemacht, ah, kleinen Bandscheibenprolaps, geil, und das mit 39 jetzt und dann wirst du halt so, jo, bis 67 oder wie lange müssen wir, bis zur Grundsicherung dann später, bis zum Flaschen sammeln, 67, ne, ja, und das halte ich ja niemals durch, so, also kannst ja knicken, ey, und ich habe auch keine Berufsunfähigkeitsversicherung und, du hast eine? Okay, die ist doch super teuer, bestimmt als Krankenschwester, oder? Ich habe die bei der Ausbildung, hört man, man bezahlt dasselbe wie als Steinmetz und das ist die höchste Kategorie. Ich habe die damals abgeschlossen, als ich mit der Ausbildung begonnen habe und deswegen ist die relativ günstig noch. Ah, ja, ich habe nichts abgeschlossen, weil Opfer und gucke dann mal später, in welchem Pflegeheim ich dann liege. Keine Ahnung, also, ja, eigentlich müsste ich rein von der Gesundheit her wahrscheinlich mir irgendwas geben lassen, wo es halt Software wäre oder irgendwie in eine Praxis vielleicht wechseln, so weißt du, dann da hinter dem Tresen sitzen, weil da gibt es auch zu wenige, die das wohl machen. Eigentlich mag ich aber den Job und dann ist der Verdienst natürlich in der Live-Firma auch ganz gut, ne, dann diese mit der Musik, du kriegst halt, ich kann mir nicht vorstellen, dass ich irgendwo festangestellt wäre und dann noch auf Alligator-Tour gehen könnte und nebenbei, wenn ich mal völlig überarbeitet bin, wie jetzt, einen Monat sagen kann, ja, ich mache jetzt mal unbezahlt frei. Das kann ich mir, das wird da nicht gehen. Und der Verdienst ist halt für Live-Firma, ich bin total zufrieden, ich verstehe auch Pflegekräfte nicht, die sagen, ja, wenn man nicht fragen würde, willst du lieber mehr Leute, Stationen oder mehr Geld haben, die dann sagen, mehr Geld. Kann ich nicht nachvollziehen. Würdest du auch so? Beides wäre gut. Ja, aber guck mal, ernst ehrlich, du lernst für den, also jetzt gerade ist, wir sind ja gerade in der Inflation so ein bisschen klar, die letzten Jahre ist es ein bisschen schwierig, das einzuschätzen, aber ich sage mal, in NRW vorher, die Leute, die da in Häusern arbeiten, auch jetzt, die kriegen glaube ich ihre 2, 2, 3, 2, 4, selbst die neu anfangen, netto, ja, und das ist für ein dreijähriger lernten Beruf, auch natürlich, bist du kranken, ja, du bist an kranken Leuten dran, kannst Scheiße bauen, aber über 2.000 netto für ein dreijähriger lernten Beruf, muss ich sagen, ist noch okay und es gibt ja so, es ist ja nicht alles gleich schwer oder so. Ich war auch auf einer Orthopädie, da ging es halbwegs, also im Gegenteil ist auch einiges drunter und drüber, aber im Gegensatz zu woanders, da kannst du fast schon von Urlaub sprechen, obwohl ich jetzt nichts, nicht, dass die Mitarbeiter das sehen und denken, da zählt der da. Ich war auf einer HNO, das war auch sehr, sehr... Das kann auch chillig sein, ja, wenn es nicht mit Onko gemischt ist, dann hast du nur Tonsillitis irgendwie, Tonsillectomie oder so, das ist glaube ich dann fast das Schwierigste. Werner? Ne, Wirschow. Wirschow, okay. Wirschow war auf hier, also ich bin ja jetzt auch im Leasing und das war... Gute Entscheidung. Safe für das, was man so hier machen will, so ist das halt einfach das Beste, aber ich finde es so schlimm, dass man ins Leasing gehen muss. Erstens ist da die Bezahlung besser, es ist die Aufteilung des Schichtsplans, wie wir gerade, du kannst dir deinen Dienstplan selbst schreiben, kannst deinen Urlaub selbst planen. Aber das finde ich zum Teil immer ein bisschen schwierig, ja, also es ist gut mit dem Dienstplan, es gibt ja auch Leasingfirmen, die werben ja richtig aggressiv damit, dass sie sagen, komm zu uns, schreib dir deinen Dienstplan komplett selbst. Ist aber scheiße, wenn du auf den Stationen ankommst, in Vollzeitkraft bist und die Stationsschwester erstmal von allen anderen Festarbeitenden den Platz erstmal, erstmal den Dienstplan umschichten muss, damit der eine Arbeiter jetzt da irgendwie seinen Wunschplan den ganzen Monat bekommt. Dann, also ich glaube dann, ich glaube dann werden irgendwann die Festarbeitenden auf dich pissig, wirst du als Leasing, weil du kriegst ja viel mehr Freiheiten als die und kriegst noch mehr Geld. Ist ja schon scheiße. Und kennst dich noch nicht so gut aus und kannst daher nicht so gut mitarbeiten. Genau, das außerdem ja, das außerdem, obwohl manchmal ist es auch unterschiedlich. Also da, ja, aber ich weiß, was du meinst. Also, aber, ja, was soll man dazu sagen? Also, ist doch normal, die ganzen jungen Leute, ist ja auch das krasse, die ganzen, die aus der Ausbildung jetzt kommen, die bleiben auch nicht lange in diesen Festverhältnissen. Die gehen dann alle, so wie du ja auch, das zähle ich auch dazu, bis unter 30, ne? Genau 30. Okay, aber dann hast du jetzt ein paar Jahre fest gearbeitet, mal nach der Ausbildung? Neun Jahre fest. Neun Jahre so, ja, sechs Jahre hier und dann hier. Achso, okay, er wird rausgeschnitten. Also, dann hast du ja gearbeitet und, genau, und dann bist du Leasing gegangen, ist auf jeden Fall, also, ich habe es zum Glück gleich gemacht, weil ich den Tipp bekommen habe und damals hat man aber noch sehr wenig verdient, weil ich angefangen habe, ab 2007, aber zwei Jahre schon als Leasing hier in Berlin und die Leute auf Station haben mich nicht mehr gefragt, warum bist du in einer Leihfirma? Danach haben sie nur gefragt, in welcher Firma bist du? Genau. Und wie ist dein Stundenlohn? Ja, ja, genau. Und ja, also, wie gesagt, ich finde es mit dem Dienstplan, nochmal drauf zurückzukommen, das finde ich schwierig, dass man damit so aggressiv wirbt. Ich bin eher so da sehr flexibel, auch so, ich schreibe mir irgendwie, ich brauche die Tage frei, wegen, ne? Ein paar Sachen, aber sonst, äh, schreibe mir, ich mache nur Spät und Nächte, aber auch nur noch. Ähm, ich auch so gut wie, es sei denn, es ist irgendwie noch ein Termin, den man mittags hat, ähm, aber, ähm, in verschiedenen Stationen versuchen das ja auch irgendwie, äh, zu machen, dass man da seinen Dienstplan, Wunschdienstplan und so, ja, also mittlerweile schon. Das funktioniert? Nein. Aber ich bin der Meinung, es könnte funktionieren, aber es ist nicht umsetzbar, also, verstehst du, wie ich meine? Ja, ich merke immer, dass manche Krankenhäuser echt gute Ideen haben und manche Krankenhäuser, und dann natürlich hapert es wieder an anderen Sachen und dann kommst du während dem Nächster raus und merkst, ah, die machen das hier so. Zum Beispiel, irgendwo haben wir mal eine Station gehabt, die halt alle Patienten, die morgens kommen, wissen, dass sie operiert werden an dem Tag, die kommen alle auf eine Vorbereitungsstation, die quasi nur einen Frühdienst hat. Da arbeitet dann irgendwann ab, um 17 Uhr keiner mehr, weil alle, die dort vorbereitet werden, gehen nachher auf anderen Stationen. Das heißt eigentlich, du sparst dir Nachtdienstschwestern und du sparst dir das Vorbereiten auf den Stationen, wo du selber bist. Du hast keine leeren Betten, dann sitzen die Leute da noch, müssen auf dem Flur vorbereitet werden, im Untersuchungszimmer, ekelhaft. Das willst du ja selber als Patient ja auch nicht haben, wenn man sich das überlegt. Und dann, wie gesagt, da könnte man jetzt noch sehr ins Detail gehen, aber, ja, und in NRW gab es ja dann noch die Pflegekammerdiskussion, und das betrifft mich ja auch und, ja, aber ob das was hilft, da hatte ich auch letztens eine Diskussion mit einer Krankenschwester, die eher dafür ist, für die Pflegekammer, weil sie meint hat, naja, aber was sollen uns sonst helfen? Ja, hat sie nicht Unrecht, habe ich dann gesagt. Stimmt, natürlich. Ja, ist aber, oh, was drehen, was nicht so traurig ist. Äh, ja. Das zieht so krass runter, am Ende nehme ich Rage-Aki nur noch rum, ey, weil ich mich nur aufrege über diesen Scheiß. Ähm, ja, safe, aber jeder weiß ja eigentlich, wie es um das Gesundheitssystem gestellt ist, so. Vielleicht finden wir irgendwann eine Lösung, vielleicht platzt die Plause einfach irgendwie. Naja, ich denke, dass es irgendwann so aussehen wird, dass du einfach, ähm, dass ein paar Krankenhäuser geschlossen werden, und dann müssen die Wege weiter zu den anderen Krankenhäusern, und die Zeiten, jetzt beschweren sich ja schon die Leute, öh, man wartet acht Stunden in der Notaufnahme. Ja, aber dann geh mit Husten halt zum Arzt, zu deinem Hausarzt, und nicht nachts, also wirklich da nicht, natürlich, das gilt nicht für alle Patienten, die in eine Rettungsstelle oder Notaufnahme kommen, aber ich hab schon so Geschichten, hörst du immer mal wieder, wie das Beste, was ich mal von Orthopäden gehört hab, war, da hat eh ein Patient, der kam nachts vorbei und hat gesagt, ach, ich bin vorbeigefahren, hab hier sehen, das Licht an, und hab gedacht, okay, dann geh ich mal rein, hier mit meinem Wehwehchen, was ich jetzt seit ein paar Wochen hab, im Nacht, und dann wird ja extra der Notfallorthopäde nachts hier weckt, für Kram, wo du auch zu nimmst, sowas ist halt auch, aber das, ja, muss man halt sehen, keine Ahnung, wie man das ändert. Ich denke mal, unsere Politiker, die machen das schon. Okay. Das war die Folge, top the talk of. Nein, aber du meinst ja gerade, du hast mit Diho schon zusammengearbeitet, kommt da bald dann was raus, oder? Ja, ich hab gar keinen Release-Date, wir machen ja alles so wie früher, deswegen fühlt sich's auch organisch und schön an, also einfach nur Songs machen, Songs machen, Songs machen, ein paar Videos vorab jetzt gedreht, ich glaub zwei oder drei, und es kommt dann irgendwann raus. Ich werd das, wenn, glaub ich, dann werd ich's auf Facebook auf meiner Artist-Page bekannt geben, wo ich, glaub, seit vier Jahren, fünf Jahren, sechs Jahren nichts mehr gepostet hab, da werd ich dann, glaub ich, sonst, ja, weiß ich gar nicht, wie ich das, vielleicht krieg ich Alligator oder so, also wenn ich's einmal den Link postet, dann gibt's wenigstens, existierende Musik von mir, gibt die auch Neues. Vielleicht macht er das in eurer Business-Freundschaft. Minimum, Minimum. Bin ich auf jeden Fall sehr gespannt, was da auf uns zukommt. Die Bad-Rip-Szene aktuell, hast du die auf dem Schirm oder guckst du gar nichts mehr? Leider gar nicht, leider nein, leider gar nicht. Seit Jahren hör ich echt wenig Musik generell und krieg nix mehr so groß mit, einfach das Interesse weg, tut mir leid, also auch manchmal, ja, manche Sachen werden mir natürlich noch an mich herangetragen und dann find ich das auch geil, aber für das Größte irgendwie so rein musikalisch, also ich hör generell wenig Musik, muss ich ehrlich sagen. Ich bin halt überwiegend arbeiten, im Nacht- oder im Spätdienst und wenn ich frei hab, chillig mit Kumpels oder zocke. Klingt langweilig und scheiße, aber ich find's eigentlich ganz geil. Und du fühlst dich wohl? Ja. Das ist die Hauptsache. Aktuell, Live-Battles hatten wir ja schon drüber gesprochen, da bist du auch komplett raus, ne? Ja, da würde ich glaube ich nichts mehr besser machen können. Ich bin da immer so ein bisschen, kannst du dich erinnern, wie die Resonanz war, wo es ein Rematch gab zwischen Atzenkalle und Mainmo, wo auch die Erwartungen ins Unermessliche stiegen und es auch auf dem Splash stattfand und dann waren ganz viele Leute, es war ja kein schlechtes Battle, aber ganz viele Leute haben was ganz anderes erwartet und ich glaube, bei mir wäre das ähnlich, die Reaktion. Deshalb möchte ich mir selbst und den Leuten natürlich so eine Reaktion ersparen. Hab da einen Stressmoment weniger, ist doch okay, oder? Ja, ich hätte mich schon gefreut über ein Comeback und ich weiß nicht, ob man das so vergleichen kann, also Festivals, Battles sind ja auch nochmal was anderes, die kommen ja meistens nicht so gut an. Ja? Festivals, Battles, es gibt kein gutes... Ja, ist ja schon ein bisschen beschissener vielleicht, ja, aber eigentlich... Es gibt kein gutes Festival-Battle. Echt? Vielleicht liegt es doch daran, dass da irgendwie diese Tageslicht noch so, vielleicht dieser Faktor, da irgendwie fehlt da so ein bisschen der dreckige, so Nightlife, so die hauen sich ins Gesicht. Und es fehlt halt die Bad Rap Crowd. Es ist halt keine Bad Rap-affine Crowd. Aber ihr habt das auf den Splash gemacht, da rennen doch Hip-Hop-Hads. Diltidi hat es auf den Splash gemacht. Hm? Diltidi hat es auf den Splash gemacht, wir haben es auf dem Frauenfeld gemacht. Achso. Ach gut, da war ich noch nie, glaube ich. Oder war ich da schon mal? Ich weiß es ja nicht genau, das ist ja ein alles Festival, sozusagen. Naja, aber die Hip-Hop-Hads kommen ja dann, weil es ist ja eine Veranstaltung für Hip-Hop-Hads, aber weißt nicht, aber meinst du, also meinst du von einer Crowd-Reaction ist da eher weniger als jetzt bei so, als bei diesen typischen Veranstaltungen? Ähm, bei diesen typischen Veranstaltungen, jetzt zum Beispiel bei Diltidi ist das Publikum schon sehr nerdig, also es sind halt wirklich Bad Rap-Nerds und Diltidi A Cappella-Battles sind meist so aufgebaut, ja, und da hast du dich widersprochen aus dem Interview von da und da ist es wegen dem. Du hast gesagt! Und dann endet der, endet der dritte Part mit, hat er gesagt! Ja, so ungefähr, genau. Und du musst ja halt... Ja, ja, um es natürlich runterzubrechen, ja. Ja, jetzt ganz plump runtergebrochen und das funktioniert halt auf einem Festival halt nicht, da musst du schon sehr generic-mäßig... Weil du mehr Laufkundschaft hast, die nicht so into it sind. Okay, ja, okay, verstehe, was du meinst. Ja, gut, wenn man das spürt natürlich auch, wie gesagt, ich war ja noch nicht so oft, weil ich fand immer, es gibt einen großen Unterschied zwischen zum Beispiel damals bei Top-Dir-Takeover und so weiter, die alten Battles von der Crowd-Reaction, was man durch die Videos hört und was aber im Saal los war, da ist meist durch Videos kam viel weniger irgendwie rüber, weil es irgendwie leiser war und natürlich spürst du es im Saal, du spürst ja die Energie auch. Aber das ist ja immer so, das ist ja auch bei Konzerten so, du kannst ja niemals... Ja. Genau so. Naja, auf jeden Fall hat Dilti ja jetzt angefangen auf dem Splash On-Beat-Battles zu machen, keine A Cappella-Battles mehr, Witten On-Beat und die kommen auf jeden Fall schon mal viel besser an, weil auch klar, dritter Tag Splash, die Leute sind viel zu betrunken, um A Cappella zuzuhören. Ja, stimmt. Ja, genau. Das ja sowieso. Dadurch wirkt dann mit Flo ein bisschen cooler, das stimmt schon. Ist eh eine ganz gute Art und Weise. Das On-Beat-Battlen mit vorher Textschreiben, ist eigentlich eine geile Idee. Das wäre auch gar nichts. Naja, schon mal mehr als A Cappella, aber im Prinzip wäre ja genau das selbe. Also man wäre ein bisschen eingestuft, und man müsste nicht so jetzt riesige Schemes machen, könnte man, aber es wäre natürlich sinnvoller, ein bisschen hörbarer zu machen. Aber ich weiß nicht. Also ich sage mal so, wenn mir noch gute Zeilen einfallen, dann würde ich die schon, ich bin eher so, dass ich eigentlich mir ein Thema nehme und einen Text dazu schreibe. Und ich bin einfach zu sehr raus, auch so auf Leute mich jetzt einzuschießen und die zu beleidigen. Und ich denke mal, dass ich da vielleicht sogar, dass da auch ein Wandel stattgefunden hat, das zumindest ich ein bisschen mitgekriegt habe, das ja viel bei mir früher zu der Zeit, wo ich es gemacht habe, wo du halt viel, da hat dir reicht, wenn du zwei Vierzeiler gebracht hast. Also Zweizeiler, Vierzeiler, vom Sinn her. So und heutzutage werden sich da extrem die Geschichten ausgedacht und da beschäftigen sich die Leute ja mit echt viel auch teilweise. Und die Frage ist auch, ob ich mir als Gegner das antun wollen würde, mir das selbst anzuhören, wenn da irgendwelche Sachen über mich kommen. Weil sicherlich kann man super viel so auslegen, dass du dich total wie ein Vollidiot dastehen lässt von Leuten, obwohl es in Wirklichkeit gar nicht schlimm ist. Und da hätte ich eigentlich wenig Bock drauf. Also ich glaube nicht, dass ich mehr gewinnen könnte, als dass ich, ich glaube, ich würde mehr verlieren. Ja, im Battle geht es ja eigentlich auch darum, seinen Gegner so schlecht wie möglich aussehen zu lassen. Ja, über mich, aber mein Problem ist natürlich auch, dass ich mit 39 und schon ein paar Jahren die stattgefunden habe in der Szene und Leute kennen mich auch in der Szene, da kann man auch theoretisch rumfragen und irgendeinen Scheiß wirst du immer erfahren oder irgendetwas, kann man sich immer zurechtbiegen. So meinetwegen, kann das ja auch so auslegen, der macht hier, der hat keinen Erfolg gehabt, deswegen macht er nichts mehr. Also so was, stell das einfach so hin, egal was ich hier im Interview erzähle, behaupte einfach das Gegenteil und macht es gut und dann stehe ich wie ein Vollidiot da auf der Bühne und was soll ich dann dazu sagen und will ich dazu was sagen? Ne. Weil natürlich alle Wortwitze wurden doch schon mal gemacht. Ich bin eher so, ich mag eher Wortwitze. Ein bisschen, ein bisschen, wie sagt man, randomized, egal wer da als Gegner steht, meistens hat jeder eine Mutter. Wenn die gut ist, die line, die muss auch gut sein, die muss ein bisschen zum Lachen bringen, dann kannst du einen Mutterwitz machen. Wenn der andere natürlich nicht ins Maul haut dafür, aber wenn der abgesprochen ist, wo man ja sowas hat. Aber sonst, Mann, das ist eine Fliege hier. Aber wie gesagt, ich glaube nicht, dass ich dafür gewinnen könnte. Sehr schade, aber verstehe ich natürlich mit dieser Argumentation. Ich bin in Rente gegangen. Noch nicht, weil du hast keine Berufsunfähigkeitsversicherung. Wie dem auch sei, du sagst, du packst deine Themen, also die Texte, du schreibst lieber in Themen musikalisch. Welche Themen wirst du denn musikalisch ansprechen, das, was du jetzt schon so hast? Also mit die Hohe in dem Album, wo wir auch quer durch alle Stimmen gehen, die wir haben, also durch alle Images, die wir gehen oder durch einige zumindest. Es ist viel Internet-lastig. Wir sind ja auch mehr oder weniger Internet-Nerds. Wir kommen ja auch aus dem Internet-Hip-Hop-Zeitalter gedönst, MC-Rappers in. Also es ist quasi, wir sind ja nicht die, die auf Cyphers früher so freestylen kann ich auch nicht und so, nicht so gut zumindest, dass ich es auf einer Bühne oder vor Leuten machen würde. und da ist viel mit Wortwitz, bisschen Battle auch, also ein bisschen so, jetzt suchen wir uns keinen raus, aber es sind schon so Punchlines, Punchline-Rap ein bisschen, manches aber auch dann auch schon mit einer gesamten Story im Song. Also aber es ist viel Internet-lastig, ich sage mal auch viel über gesellschaftliche Internet-Themen, die, weiß ich nicht, Casino-Streams beispielsweise. Dazu haben wir zu der Thematik, haben wir zumindest ein Lied gemacht, kann ich mal so sagen oder auch Trollen und all so Sachen, sowas zum Beispiel. Da haben wir versucht mal irgendwie so, ja, thematisch da an die Sache ranzugehen und das mit Rap vermischt halt. Also manche davon auch Internet-Rap so dann irgendwie, aber überwiegend so die Internet-Kultur ein bisschen an sich, ein bisschen die Merdige halt. Internet-Casino-Streams hast du gesagt, werden da Names getroppt? Ich überlege gerade. Nee, eigentlich nicht. Oder? Ich weiß nicht, ob Monte vielleicht, also ich nicht, aber kann sein, dass D. Ho irgendwo vielleicht, weil der Reim gut gepasst hat, irgendwo Monte, irgendwo Monte-Stream irgendwo eingebaut hat, aber kann, aber nicht Dizzend natürlich, sondern nur so als Referenz. Aber ich glaube sonst nicht, sonst keine Name-Drops, die irgendwie aus der Szene wären, dass man, wo man sich, also ich glaube, ich erwähne Edward Snowden, aber ich denke nicht, dass der darauf reagiert. Naja, vielleicht, wenn Alligators postet, dann vielleicht schon, ja. Oder Monte reagiert. In einem Stream. Naja, wie dem auch sei, wir haben noch kein Release-Datum, deswegen sollten wir Alligator folgen, um rauszufinden, wann da neue Musik kommt, oder? Auf jeden Fall Alligator folgen, auf jeden Fall Alligator folgen, genau. Wenn ihr mehr von mir hören wollt, folgt Alligator. Da sind ja jetzt auch nochmal ein paar Live-Gigs geplant, hast du eben erzählt. Festivals, genau, einige. Wir sind jetzt, ich weiß nicht, wann ihr das ausstrahlt hier, aber am 27.05. sind wir in, beim, Spring Break. und dann im Juli, im Juli geht es dann weiter, da haben wir ein paar Festivals, drei, vier Stück, auch was in Bern, in der Schweiz, Gretzi miteinander, und ja, ich weiß gar nicht, ob wir bei Rock am Ringen sind, glaube ich, nicht diesmal, ist das überhaupt? Ja, doch klar ist das. Aber ich glaube, da sind wir diesmal nicht, weil wir waren ja letztes Jahr da, you know. Sehr nice, also wenn man Alligator live sehen will und Ende des Jahres, kommt da wieder eine Tour, oder? Kommt wieder eine kleine Tour, die von seiner Retour, die nochmal Gigs, wir werden, da wird, ich glaube, München lief so gut, dass es, dass sich das da nochmal gespielt wird. Köln ist ausgefallen, deswegen wird es wahrscheinlich dann im November sein, da waren wir, da waren ein paar von uns krank, als Köln gewesen wäre, im März, was auch einem schade, weil es wäre die größte Show gewesen, einer längstens. Und ja, da freue ich mich auf jeden Fall drauf, das wird abriss. Bin ich auf jeden Fall gespannt, ich muss mir unbedingt auch mal wieder ein Alligator-Konzert geben, es stehen auch Berlin-Bestern. Berlin waren wir schon, ich weiß nicht, ob nochmal im November nochmal ein Berlin-Gig rangeklatscht wird, gehört hätte ich jetzt nichts, ich müsste jetzt gucken, was in der Nähe ist, sonst wenn du mal irgendwie in der Nähe bist natürlich, kann ich dir natürlich draufschreiben, auf Gessel-Liste, ne? Das war nicht die Frage, aber vielen Dank. Nach dem Interview werde ich dir sagen, dass das nicht geht. Alles klar, ich lege sie dann zu meiner allerersten Konzertkarte dazu. Alles klar. Hast du noch was zu sagen? Ähm, esst einen Apfel. Esst einen Apfel. Das war Top-The-Talk-Over, Battle-Bewasti, Magda, seid lieb zueinander. Vielen Dank. Vielen Dank.